Tewus und schön, dass ihr hier vorbeischaut. Ich bin der GroKo und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Heute habe ich für euch fünf halbautomatische Farmen und damit würde ich sagen, packen wir es an. Wir befinden uns hier wieder auf der Welt, wo ich schon so einige Farmen gebaut habe. Die Farmen dort hinten sind alle vollautomatisch. Was mich zu dem Punkt bringt, was verstehe ich eigentlich unter halbautomatischen Farmen? Halbautomatische Farmen sind Farmen, wo ich persönlich noch eine Leistung bringen muss. Die Farm unterstützt mich nur so weit, dass ich es leichter habe, an mein Ziel zu kommen. Ich denke, ihr werdet gleich verstehen, was ich unter halbautomatisch verstehe, wenn ich die erste Farm baue. Farm Nummer eins ist eine Holzfarm. Hier seht ihr alle Materialien, die ihr braucht. Eine Gewehr auf Richtigkeit habt ihr natürlich nie bei mir. Wir nehmen alle Materialien ins Inventar und fangen an. Als allererstes setzen wir zehn Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. In einer Reihe. Dann gehen wir diagonal platzieren. Wieder zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun, zehn. Es spielt keine Rolle, welche Blöcke ihr verwendet. Ich verwende hier immer Eisen oder Andesit oder sowas. Also poliert und Andesit, damit ihr besser nachzählen könnt, wenn es ist. Wenn das Ganze dann so aussieht, seid ihr goldrichtig unterwegs. Bevor wir jetzt hingehen und in den Ecken Wasser platzieren, ja, wir brauchen vier Wassereimer. Ich habe aber nur zwei mit ins Inventar genommen. Denn mit zwei kann man sich ja bekanntlich ganz einfach eine unendliche Wasserquelle machen und kann so oft mit dem Eimer zum Wasser rennen, wie nötig. Wir gehen jetzt hier ziemlich genau in die Mitte. Dafür müssen wir natürlich die Mitte auszählen. Hier, tack, das sollte die Mitte sein. Hier in der Mitte gehen wir drei Blöcke nach unten. Also eins, zwei, drei und graben das komplette Ding aus. Und jetzt überlegen wir uns, in welche Richtung wir einen Ausgang haben wollen und in die Richtung buddeln wir einfach uns raus. Bei mir wird es jetzt gleich ein bisschen doof sein mit der Kiste, die hier steht. Ziel ist es, dass ihr hier dann einen Ausgang habt, über den ihr wieder hinauskommt. Dann begeben wir uns wieder in dieses Loch hinein und platzieren hier eine Doppelkiste. Gehen auf die andere Seite und platzieren an die Doppelkiste ran vier Trichter. Wichtig ist, dass die Trichter in die Kiste hineinführen. Dann setzen wir hier eine Antriebsschiene rein. Hier eine normale, hier eine normale und da eine Antriebsschiene. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen an den Block hier hinten rankommen, an den hier, einen Schalter setzen und anschalten. Nun ist die Schiene bepowert. Wir können hier wieder schließen. Das muss keiner wissen. Jetzt gehen wir wieder hier unten rein, löschen einen Block und setzen auch hier einen Schalter, weil jetzt können wir diese Schiene an- und ausschalten. Jetzt lassen sie aus und setzen unser Trichter-Minecart drauf und sobald wir jetzt unsere Maschine anschalten, fährt das Trichter-Minecart hin, her, hin, her. Wenn ich es wieder aus haben will, mache ich einfach wieder aus. Dann fährt das Minecart nicht die ganze Zeit. Dieses Minecart ist dafür zuständig, gleich alles einzusammeln, was bei unseren Baumfällen herunterfällt. Ich habe natürlich vergessen, vier Erdblöcke mit ins Inventar zu nehmen, aber vermutlich habt ihr das Ganze eh im Grasland gebaut und habt Erde mehr als genug. Ihr braucht vier Erdblöcke und sobald die vier Erdblöcke gesetzt sind, gehen wir in die Ecke und platzieren unser Wasser. In jeder Ecke einen Eimer Wasser und dann seht ihr, transportiert das Wasser hier alles in die Mitte. Wie immer habe ich mich nicht ganz so klar ausgedrückt, denn diese Farm ist natürlich optimiert für Fichten. Denn Fichten, gerade wenn man vier Setzlinge platziert und die so wunderschön hochwachsen lässt, bringen am meisten Holz und sondern am einfachsten zu fällen. Diese Fichte ist denkbar das schlechteste Beispiel, denn hier gibt es nicht besonders viel Drops, weil die Blätter, also weil nicht viele Blätter dran sind, aber trotz alledem bauen wir einen Stamm ab. Und ja, im Survival heißt das harte Handarbeit. Das Positive ist aber, während wir jetzt hier arbeiten und alle Items den Baum hinunterfallen, werden diese im Wasserbecken aufgesammelt und in die Mitte gebracht. Das heißt, wir können diese, wenn wir unten ankommen, ganz leicht einsammeln. Das Einsammeln ist aber noch gar nicht der größte Vorteil, weswegen wir dieses Wasserbecken haben. Denn der Vorteil wird jetzt sein, jetzt habt ihr natürlich nicht immer die Geduld zu warten, bis alle Blätter kaputzen, sondern wollt direkt weitergehen und weiterarbeiten. Und jetzt kommt unser Minecraft hier unten ins Spiel. Wir schalten es an. Es fängt an, alle Sachen einzusammeln, die auf dieses Feld hier fallen. Also wenn von oben ein Setzling herunterfällt, wird der in die Mitte transportiert und zack, verschwindet und landet unten in der Kiste. Das heißt, ihr könnt jetzt weggehen, die Blätter gehen langsam kaputt, aber ihr verliert keinen einzigen Setzling, keinen Stock, kein Holz oder sonst was, was nach runterfällt, denn das wird in dieser Kiste landen. Ihr müsst nur später wieder vorbeikommen, euer Minecraft ausschalten und eure Setzlinge rausholen und fertig. Also wir halten an der Stelle fest, es spart euch keine Zeit, was das Holzfällen angeht, aber es spart euch Wartezeit auf Setzlinge etc. Fahre Nummer zwei. Selbst wenn ich sage, Obst und Gemüse, stimmt überhaupt nicht. Felder. Das Ding ist unglaublich wichtig für Felder und auch hier habe ich wieder Blöcke vergessen. Erdblöcke und zwar insgesamt 56 Stück. Mit diesen 56 Erdblöcken möchte ich auch gleich mal anfangen. Wir bauen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in die Richtung und bauen dann 7 nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn die Fläche gefüllt ist, dann habt ihr alle 56 Erde verbraucht. Im besten Fall baut ihr das Ganze sowieso auf einer Wiese oder im Grasland, dann könnt ihr euch den Schritt schon mal sparen. Wir greifen zu den nächsten Blöcken. Davon haben wir 24 Stück. Mit denen bauen wir jetzt den Rahmen. Wir gehen hier und setzen 1, 2, 3 Blöcke. Block weglöschen. Wasserquelle setzen. 4, 5, 6, 7, 8. Das gleiche hier. 1, 2, 3. Löschen. Wasserquelle setzen. 4, 5, 6, 7, 8. Und hier hinten wieder diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Wir schnappen uns 8 unserer neuen Falltüren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir alle mal aufmachen. Und hier hinter wird jetzt Wasser platziert. Jetzt hier. Ziel dieser Farm wird es sein, euch die Arbeit des Aberntens zu sparen. Ihr müsst also nur noch nachsäen. Ja, das spart tatsächlich Zeit. Im nächsten Schritt können wir auch schon das Feld hier einmal komplett ansägen. Und ihr seht auch gleich, dass die Wasserquellen, die wir platziert haben, völlig ausreichen, um das ganze Feld zu bewässern. Bevor ihr jetzt aber direkt loslegt und das Feld ansäht, empfehle ich euch noch eine Sache. Macht erst die Redstone-Technik, weil sonst flutet ihr das Feld gleich wieder und die ganze Arbeit war umsonst. Hier platzieren wir 8 Redstone. Hier hinten einen Schalter dran. Und seht ihr. Zack. So fluten wir unser Feld. Ihr könnt natürlich das Redstone auch weiterlegen, wenn ihr den Schalter hier vorne haben wollt etc. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr möchtet. Jetzt säen wir an, bevor wir weiterbauen. Warum säen wir jetzt schon an? Einfach aus dem Grund. Dann wächst es schon mal, während wir arbeiten. Es gibt jetzt zwei Varianten, die wir ansäen können. Und ich bin jemand, ich mache dann einfach alles Weizen und fertig. Denn ich warte eh, ich mache Bau dann wieder und mache Sachen, gehe auf Abenteuer. Und wenn ich zurückkomme, ist das Weizen gewachsen. Oder wenn ich fertig bin und baue, ne. Wer aber nicht so viel Geduld hat, der kann natürlich den altbekannten Trick anwenden und säet in Reihen. Ich säe jetzt hier eine Reihe und eine Reihe Rüben. Schön in Abwechslung, damit die schneller wachsen. Denn wenn verschiedenste Samen nebeneinander sitzen, dann wachsen sie schneller. Jetzt sind wir auch schon fast fertig und müssen eigentlich nur noch ein Sammelsystem machen, dass uns die ganzen Rohstoffe nicht einfach nur hier vorne hingespült werden. Auch das ist möglich. Wir können auch einfach alles hier vorne hinspülen lassen, dann durchlaufen und einsammeln. Aber wir wollen das ja schön in einer Kiste haben. Deswegen graben wir hier zweimal zwei runter. Also zwei runter, zwei runter und zwei breit. Setzen eine Kiste ran. Gehen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, hinter. Und löschen hier den letzten Block raus und setzen einen Trichter ran. Ganz am Ende ein Wasser platzieren. Und schon wird alles hier rüber gespült. Damit wir jetzt aber nicht alle Items auf der Kiste liegen haben, einfach hier hingehen, eine Falltür, zack und schon wird alles gegen die Falltür gespült, vom Trichter eingesammelt und landet in der Kiste. Sobald dann alles gewachsen ist oder fast alles gewachsen ist, müsst ihr also nur an euren Hebel gehen, Hebel umlegen und schwupp wird alles hier runter gespült, landet in dem Wasserstrom und wird vom Trichter aufgesammelt und dann in eure Kiste weitergegeben. In der Kiste oder aus dem Trichter nehmt ihr euch dann die Samen, die ihr braucht, macht den Wasserstrom aus und pflanzt wieder an. Die automatische Farm Nummer 4 ist ebenfalls für alle Sachen, die man anbauen kann, aber hat einen anderen Hintergrund. Für diese Farm brauchen wir natürlich dann noch entsprechende Setzlinge zum Beispiel und auch jede Menge Knochenmehl. Das Obsidian hier und die Trichter sind meiner Meinung nach optional, falls ihr die Farm so umbauen wollt, dass ihr AFK damit Weizen oder ähnliches farmen könnt. Wir bauen sie jetzt gleich so, wie sie auch AFK-tauglich wäre dafür. Als allererstes zwei Blöcke wegschlagen, Kiste reinsetzen, vier Blöcke wegschlagen, in die rechte Ecke eine Erde und dann hier einen Trichter, hier einen Trichter und hier einen Trichter. Alles, was hier rumhüpft, landet in der Kiste. Dann gehen wir hin, setzen hier einen klebrigen Kolben, setzen einen Beobachter, der in diese Richtung schaut, setzen hier einen Beobachter hin, der in diese Richtung schaut, setzen hier einen Werfer hin, der zu uns nach vorne wirft, setzen an diesen Kolben einen Hebel, denn wenn ich jetzt den Hebel drücke, fängt dieser Dispenser an zu feuern. Dann haben wir noch unser Obsidian, das platzieren wir an diese Ecke hier und dann haben wir sieben Glas, auch hier können wir andere Blöcke verwenden, das muss nicht Glas sein, drei hier, eins hier, hier, hier und hier. Und schon ist die ganze Maschine fertig, wir müssen nur noch hier den Boden vorbereiten und im besten Fall hier drunter, das habe ich ganz vergessen, ein Wasser platzieren. Ganz wichtig, hier drunter ein Wasser, ihr braucht noch ein Wasser. Es gibt immer was, was ich vergesse. Dann laden wir den Dispenser mit so viel Knochenmehl wie möglich und ihr werdet sehen, wenn ich das hier jetzt aktiviere, er schießt kein Knochenmehl raus, weil es wird gerade keins gebraucht. Erst wenn ich eine Pflanze hier hinsetze, wird Knochenmehl verbraucht und die Pflanze zum Wachsen gebracht. Ich baue die Pflanze dann ab und kann eine neue setzen. Sobald ich mich jetzt im Survival befinde, habe ich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Ich kann es einfach laufen lassen und wenn ich eine Pflanze setze, zack, ist die gleich hier nachgewachsen. Oder aber ich kann das Ganze auch AFK nutzen. Also ich stelle mich hier in die Kante, drücke erst rechtsklick, dass ein Samen angepflanzt wird und dann halt linksklick, um die wieder abzubauen. Erst rechts und dann links und dann macht er das Ganze automatisch. Wichtig ist dabei, dass wir möglichst hoch zielen, damit wir erst die fertige Pflanze abbauen und nicht schon ein vorheriges Stadium der Pflanze, also möglichst hoch an dem Obsidian hin zielen und dann immer erst rechts und dann links gedrückt halten, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, F3 und T zu drücken, die Maus komplett loszulassen und zuzuschauen, wie das Ganze passiert, ohne dass ich meine Hände an der Maus habe. Jetzt kann ich quasi irgendwo hingehen und mein Computer arbeiten lassen. Und ihr seht, durch das Ganze abbauen bekomme ich wieder genug Setzlinge ins Inventar, dass ich das einfach durchgehend machen kann, solange das Knochenmehl reicht. Wenn ich dann fertig bin, schalte ich wieder aus und ihr seht schon, wir haben jetzt das Zeug im Inventar und in der Kiste. Dadurch, dass wir diese paar Trichter hier haben, wird alles, was nicht von mir aufgesammelt wird, von den Trichtern aufgesammelt und geht also nicht verloren. Meine halbautomatische Farm Nummer 4 ist gerade, wie ihr wisst, in einem Skyblock-Universum. Mega, 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 mega wichtig. Aber auch so für einen Ofen ist es genial, wenn man unendlich Brennstoff bekommt. Und wie machen wir unendlich Brennstoff? Natürlich nicht so mit einer Lava-Quelle, einen unendlichen. Und ich stelle euch jetzt einfach mal eine vierfache Lava-Produktion vor, sozusagen. Wir brauchen einfach vier Kessel. Das Ganze kann man auch nur mit einem einzigen Kessel umsetzen. Wir machen jetzt aber hier vier. Dann platzieren wir da oben drauf einen Block, da ist ein Platzhalter-Block und dann hier oben einen und machen dann eine 1, 2, 3, 4er-Reihe. Fertig, wieder einen temporären Block, Block auf die Seite, temporärer Block, Block auf die Seite, hinten vier Blöcke. Ihr könnt hier vorübergehend auch temporäre Blöcke machen, denn hier habe ich mal so ein bisschen optisch gedacht, wir setzen jetzt Falltüren ran, machen oben die Blöcke weg, schließen die Falltüren, dann schaut es von vorne ein bisschen hübscher aus. Ihr könnt die Falltüren auch weglassen und auch ganz normale Blöcke dorthin setzen. Das spielt keine große Rolle. Dann setzen wir hier unten einfach Gripstone ran, also Tropfstein und setzen oben dann vier Lava-Quellen rein. Jetzt fängt dann an, das Lava in den Kessel zu tropfen. Das dauert eine Weile, aber früher oder später ist der Kessel dann voll mit Lava. Wenn der Kessel voll mit Lava ist, können wir einfach hingehen und mit einem leeren Eimer rechtsklicken und bekommen dann wieder einen vollen Lava-Eimer. Es funktioniert hier tatsächlich, dass man nur mit einem einzigen Lava-Eimer anfängt und Stück für Stück wird sich dieser Kessel füllen. Die anderen Kessel werden sich nicht füllen, weil dieses Lava flüssig ist. Flüssiges Lava führt nicht dazu, dass sich die Kessel füllen, aber der wird unten den Kessel füllen. Ich kann das Lava rausnehmen, oben wieder einfüllen und dann, früher oder später, sind alle voll. Ich kann diese Quelle wirklich empfehlen, wenn ihr die bei euren Öfen in der Nähe habt, dann könnt ihr die jederzeit mit Lava befüllen, denn Lava ist mitunter die beste Brennquelle, die man so finden kann, vor allem wenn sie erneuerbar ist. Mit diesem System kostet euch das wirklich gar nichts. Kommen wir nun zur letzten Farm. Und die letzte muss ich sagen, die mache ich der Vollständigkeit halber, aber eine Empfehlung bekommt ihr von mir für diese Farm definitiv nicht. Ich habe sie einmal in Crafted Deck angefangen und sie irgendwann wieder abgerissen, weil sie, ich finde sie nicht praktisch, wir machen sie trotzdem und zwar geht es hier um eine Kuhfarbe. Das sind die Materialien, die ihr braucht. Unter anderem braucht ihr natürlich Kühe und auch Weizen, um die Kühe dann zu vermehren und wir brauchen irgendein random Item, werdet ihr dann sehen. Wir schmeißen alles ins Inventar und legen los. Das Design, was ich hier habe, ist ein, ich vermute mal, relativ altes sogar von Mambo Jumbo, funktioniert aber immer noch und ich dachte mir, so gut, wie geht es andere auch. Wir fangen wie bei den meisten Farmen damit an, eine Truhe zu setzen und einen Trichter. Dann setzen wir seitlich drei Blöcke ran und auf die andere Seite dreimal drei Blöcke. Hinten einen Block rein und wir haben schon mal die Base geschafft. Die Base ist dreimal fünf groß. Jetzt brauchen wir einmal einen Trichter hier, einen Dispenser hier, also einen Werfer hier und einen Werfer hier. Dann setzen wir hinten wieder eine Wand, seitlich eine Wand, hier vorne eine Wand. An diesen Wand einen Knopf dran und an diese Wand einen Knopf dran. Und dann setzen wir unsere drei Glas, die wir haben, hier vorne. Das ist die Scheibe, mit der wir hineinschauen können. Dann bauen wir die nächste Runde hier oben und zwar bis hier hin. Und setzen hier einen Stein rein. In dem Bereich hier kommen dann unsere ausgewachsenen Rinder rein. Hier drüben werden dann die Babys hinübergebracht. Dann brauchen wir unseren Dropper, den setzen wir an die Stelle hier und in den Dropper zurück führt ein Trichter. Hier in dieses Paket rein kommt unser Random Item, also in dem Fall das Steinschwert. Wir können auch gleich hier Lava einfüllen und hier hinten Wasser. Dann nehmen wir unseren Comparator, setzen den so hier dran, nehmen einen Beobachter. Den müssen wir entsprechend halt und hier hinsetzen, so, dass der Pfeil oben hier rüber zeigt. Dort platzieren wir das eine Redstone, das wir noch im Inventar haben. Dann hüpfen wir lebensmüde wie wir sind. Nein, wir bleiben von hier oben. Wir hüpfen nirgendwo rein. Wir platzieren hier drinnen ein Schild. Und dann sollten wir auch schon fertig sein. Wir testen einmal den Knopf. Lava kommt. Perfekt. Testen den Knopf. Lava funktioniert. Wasser funktioniert auch. Gut, wie funktioniert das Prinzip dieser Farm? Ihr müsst hier natürlich noch Rinder reinlocken. Ich setze jetzt einfach mal zwölf Stück rein. Und wenn ich die füttern möchte, kann ich das jetzt natürlich von hier oben tun. Aber ihr merkt schon, dann erwische ich immer nur eine Kuh. Aus dem Grund gibt es hier den Knopf. Da wird er unten Wasser reingelassen und die Kühe fangen nun an zu schwimmen. Und sobald sie schwimmen, kann ich mehrere der Kühe erwischen. Und jetzt kann ich eben jeder Kuh mal ein Weizen geben, bis keine Herzchen mehr fliegen. Dann haben sie kleine Rinder gezeigt. Dann drücke ich wieder den Knopf. Und ihr werdet merken, die kleinen Kühe werden konstant hier rüber gedrückt. Die kleinen Kühe werden eines Tages erwachsen werden. Und dann stehen sie nur noch in dem Feld und nicht mehr hier dazwischen. Und wenn sie dann groß genug sind, müssen wir nur den Knopf drücken. Und wir bekommen Rindfleisch. Ganz ehrlich, ich bin mehr der Typ für eine Rinderweide. Irgendwie finde ich, funktionieren die besser für mich. Ich finde, das System spricht mich irgendwie nicht an. Ich weiß nicht. Wer das System trotzdem verwenden möchte, dem würde ich einen Tipp geben. Schlachtet die Kühe selber. Nehmt nicht diese Lava-Konstruktion hier. Und zwar aus dem einen Grund. Ihr könnt euer Schwert mit Looting 3 und Fire Aspect belegen. Also, ich weiß die gerade nicht auf Deutsch. Aber ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was es ist. Dann bekommt ihr nämlich mehr Items beim Schlachten. Und sie werden gegrillt. Auch ohne Lava werden sie gegrillt. Aber ihr bekommt vor allem mehr Leder raus. Leder ist ja schlicht das, was ihr mit den Kühen höchstwahrscheinlich haben wollt. Und die Slap brauchen wir einfach an der Stelle hier, um an die Kühe ranzukommen. Sonst kommen wir nicht an die Kühe ranzukommen. Ihr könnt die im Zweifel auch hier unten platzieren. Jetzt bin ich zu spät, jetzt prägt sie raus. Und dann könnt ihr, wenn die Kühe ausgewachsen sind, eure Kühe so schlachten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr noch halbautomatische Farmen wisst, die ihr empfehlen könnt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Weil das hier sind definitiv nicht alle. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche dieser Farmen ihr wirklich verwendet und welche ihr gar nicht wirklich verwendet. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Fürzeich!